hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem kanal und ja das ganze ist hier ein bisschen so ein info video um euch mal zu zeigen was in der letzten zeit passiert ist und was wie es in der zukunft so ablaufen wird denn es kamen jetzt in zeit in letzter zeit ich glaube für fast zwei monate fast keine videos mehr außer der vlog von jamaica und ein video den ich direkt runtergenommen weil er einfach nur scheiße war aber naja darüber wollen wir nicht reden und zwar möchte ich erstmal damit anfangen warum kamen denn jetzt in letzter zeit überhaupt gar keine videos das lag zum einen daran dass ich gar nicht mehr die zeit hatte diese videos zu machen weil ziemlich viel so dazwischen kam und naja generell ich halt wenig zeit das ganze zu machen dann kamen zusätzlich noch die ferien wo ich dann vier wochen in jamaika war da habt ihr den vlog ja gesehen wobei naja zu den vlogs sage ich später noch mal was naja und dann hatte ich ferien noch die letzte woche wo naja ich zwar schon zeit hätte wahrscheinlich ein video zu machen und naja da hat dann auch ein bisschen die motivation gefehlt und naja ist halt so dass ich zur zeit auch gar nicht mehr so viel spiele und das liegt ganz einfach daran ich habe früher deutlich mehr gespielt ich spiele jetzt deutlich weniger mach viel mehr anderes zeugs habe auch noch vier mal die woche hockey training dann kommt schule dazu wo ich jetzt echt beschissenen stundenplan habe ja immer bis spät abends und deswegen fehlt da die zeit aber ich habe auf jeden fall jetzt wieder vor jeden samstag wie normal ein video zu bringen das video heute kommt jetzt leider erst am sonntag und das ganz spät weil ich es vorher leider nicht geschafft habe irgendwie dieses video zu drehen weil ich eben keine zeit hatte ich hoffe dass ich jetzt wieder hinkriege regelmäßig videos zu machen das wird dann naja hoffentlich wieder so wie vorher bevor ich aufgehört habe ähm ich brauchte aber auch mal endlich wieder so eine pause wo ich nicht immer diesen stress habe okay du musst jetzt am samstag dieses video machen und das hat dann in letzter zeit auch nicht mehr gut geklappt und jetzt kommen wir mal zu den vlogs ihr habt ja den jamaica vlog hoffentlich gesehen wenn nicht dann guckt ihn euch jetzt an ist mal ist da oben links rechts jetzt für euch was gesehen verlinkt guckt euch den vlog an ähm naja ich weiß dass das nicht der beste vlog ist ich habe auch echt nicht viel gefehlt da hat mir dann auch im urlaub ein bisschen die motivation gefehlt weil ich mir auch gesagt habe das ist mein urlaub da mache ich jetzt nicht noch mal youtube und wollte dann da halt eben auch nochmal runterschalten und jetzt nochmal komplett neu anfangen und mal wieder mit elan da rein starten sagen wir mal so generell würde ich auch super gerne mehr vlogs machen und ich hätte auch super gerne viel mehr in jamaica gefilmt nur das problem ist dass ich keine gute kamera habe beziehungsweise ich habe nur diese action cam hier und naja erstens ist die video qualität davon nicht so gut und zweitens kommt noch dazu dass die tonqualität komplett miserabel ist was man auch manchmal merkt wie zum beispiel am ende des jamaica vlogs mit der tonqualität kannst du nichts anfangen und naja es ist halt mal nicht so einfach sich einfach mal so eine anständige video kamera zu holen die sind auch nicht so billig deswegen mal gucken wie ich das ganze löse sonst ich versuche jetzt erstmal die gaming videos wieder auf vorderbahn zu bringen wieder jede woche eins zu bringen und da mal wieder ein bisschen was neues rein zu bringen ich habe auch wieder richtig lust darauf und mit den vlogs müssen wir mal gucken wie sich das ganze entwickelt ich persönlich hätte mega bock drauf da fehlt mir leider die kamera qualität sagen wir mal so und die tonqualität deswegen sitze ich auch immer noch hier vor dem pc und spreche mit meinem mikrofon und habe nur die facecam an weil das einfach das beste ist was ich euch quasi an qualität bieten kann naja das gucken wir mal und sonst falls ihr auch immer noch aktuell sein bleiben wollt dann guckt mal unten in der beschreibung da habe ich nämlich alle meine social media accounts verlinkt da werde ich immer drauf posten wenn irgendwas mit den videos ist wenn sie zu spät kommen wenn keine ahnung was ist wie das video heute um da habe ich auch vorher auf social media gesagt dass das leider nicht am samstag kommen kann so wie es heute am sonntag kommt weil ich es leider nicht anders geschafft haben aber ich versuche auf jeden fall jetzt immer samstag 13 Uhr ein video rauszubringen so und das war es dann auch ich habe jetzt fünf Minuten durch geredet und dann hoffe ich sehen uns beim nächsten video wieder und dann bis zum nächsten mal Ciao